Andere kommen da weiter, andere reichen das Ziel schneller, besser, keine Ahnung was. Ich denke mir so, ey, fuck it, Alter, ich gehe meinen Actionweg. Das ist mein Weg. Und ich glaube, das ist auch so das Fundamentale. Es ist dein Weg. Dem gehört niemand anders. Niemand macht die Erfahrung, die du machst, auf deinem Weg, den du für dich gehst. Und so ist ja das ganze Leben eigentlich auch aufgebaut. Ja, Setup hier funktioniert nicht ganz so geil. So, grüß dich und willkommen zu dieser Folge in Bewegung und Lebensfreude Podcast. Dem Podcast, wo der Typ random in der Natur irgendwo sitzt. Heute auf einer großen Wiese, auf einem Feld und über Sport, Bewegung, die Lebensfreude, starkes Mindset und random Situationen aus dem Alltag spricht. Und ich will heute über den Actionweg mit dir reden. Bam! Ich bin Benni Grams, dein Host. Herzlich willkommen hier in Bewegung und Lebensfreude Podcast. Und ja, was ist der Actionweg und was definiere ich darunter? Erstmal, ich will dir ein kleines Bild mitgeben. Stell dir eine schöne Wanderlandschaft vor, beziehungsweise so eine Spaziergehegegend neben so einem kleinen Dorf. Da gibt es einen Wasserfall, da ist ein riesen Parkplatz. Von da aus hast du gut ausgebaute Wege, einfach so Waldwege, wo du spazieren gehen kannst. Du hast irgendwie Bänke ab und zu, wo du picknicken kannst. Du kannst da irgendwie mit deiner Family, mit deinen Freunden spazieren gehen. Dich nice unterhalten. Du bist in so einem Tal, wo es einfach eine riesen Wiese hat. Rechts, links ist Wald. Der Fluss läuft da in der Mitte durch. Und es ist einfach eine super schöne Atmosphäre. Man kann da echt zur Ruhe kommen und coole Gespräche führen oder halt die Ruhe finden. Ich finde die Ruhe hier auch nicht mit diesem Mikrofonding. Ich habe heute kein nice Setup. Aber egal. Stell dir das vor, du kannst da wirklich spazieren gehen, steigst zwei, drei Stunden später wieder in dein Auto, fährst zurück und hast einen nice Spaziergang gehabt. Nice Gespräche vielleicht. Und das ist ganz cool. Und dann gibt es den Actionweg. Und ganz kurz, was ist der Actionweg? Also ich muss sagen, ich finde mich immer wieder in so Situationen, in solchen Wandergebieten, wo eigentlich alles safe ist, wo eigentlich nichts passieren kann, wo eigentlich gefühlt keine Gefahren lauern, finde ich mich immer wieder in Situationen, wo ich dann denke so, holy shit Benni, wie bist du da schon wieder hingekommen? Warum? Und warum ist das jetzt so verdammt anstrengend? Warum machst du das schon wieder? Wie zum Beispiel, das ist mir letzte Woche passiert. Ich war genau in diesem Gebiet, war ich spazieren, habe mir gedacht, ey, ich will einfach Kopf frei kriegen, Handy im Auto gelassen, bin alleine losgelatscht, dachte ich gehe jetzt spazieren. Und ich meine, da ging es natürlich einen Berg hoch, da gab es so ein paar Felshänge und sowas. Aber wenn du auf den Wegen bleibst, dann passiert ja eigentlich nichts. Und ich dachte mir irgendwann so, okay, eigentlich, da sind so viele Menschen auf den Wegen gewesen. Ich meine, jetzt ist gerade eh jeder spazieren, mega cool, dass es so ist. Aber ich hatte mir halt gedacht, ich habe eigentlich keinen Bock auf Gegrummel von anderen Leuten, also diese Geräuschkulisse. Ich wollte einfach nur Ruhe und Natur hören und einfach nur wirklich bei mir sein. Und dann dachte ich mir so, ey, ich laufe jetzt einfach querfeld ein, diesen Berg da hoch. Ich werde schon oben irgendwo ankommen und dann werde ich gucken, wo ich hinlaufe. Und im Endeffekt war ich dann unten an der Felsklippe bin ich irgendwann angekommen, wo ich mich dann ewig lang schon von Baum zu Baum überhaupt nach oben kraxeln musste, so auf allen Vieren teilweise mit den Fingern irgendwie in den Boden reinkrallen, damit ich nicht runterrutsche. Und dann war es schon wieder so, okay, ja gut, das wird spannend. Es gab so ein, zwei Schlüsselstellen noch, wo ich wirklich dachte so, auf gut Deutsch der Arsch auf Grundeis gegangen ist, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt da runterputze und abrutsche, wäre nicht ganz so cool. War kurz gruselig auf jeden Fall auch. Und ich war schon wieder froh, dann auf dem kleinen Trampelpfad zu sein. Das war dann nicht mehr ein guter, ausgebauter Weg, aber sage ich mal ein kleiner Trampelpfad. Und das war dann schon auch cool. Aber ich muss sagen, ich bin verdammt dankbar für dieses Erlebnis. Weil das ist so, da habe ich mir wieder gedacht so, alter geil, Actionweg. Weil du weißt halt nicht, was auf dich zukommt. Und es können, klar, es kann gefährlich werden natürlich, so ein Weg. Du weißt es so ungewiss ein bisschen, du musst Risiken einschätzen. Zum Beispiel in diesem Fall war es halt auch so, wenn ich jetzt irgendwie den Stein losgetreten habe aus Versehen oder da irgendwas runtergekullert ist und weiter unten auf diesem kleinen Trampelpfad, da wäre jemand gelaufen, wäre halt ungünstig gewesen. Ich hätte andere gefährdet. Das muss man natürlich auch im Blick dann haben. Und ich hätte halt runterputzeln können und es hätte böse ausgehen können. Aber wie, also nichtsdestotrotz bin ich super, super dankbar für die Erfahrung, weil die hat mich zum Beispiel zum einen wieder voll den Fokus gebracht. Das war so einfach so ein Moment. Da gab es kein Morgen, da gab es kein Gestern, da gab es kein in fünf Minuten, kein vor fünf Minuten, sondern es gab einfach nur diesen einen Moment und diesen Fokus zu erleben. Ich glaube, man kennt das ja vom Training voll oft oder von Sachen, wo du einfach so krass fokussiert sein musst, wo es keine Zeit einfach gefühlt gibt. Und genau so einen Moment hatte ich da. Und da bin ich wieder auf einen richtig geilen Gedanken gekommen, das ist mir dann aufgefallen, als ich durch den Wald quasi queffelt ein, schräg einfach nach oben durch den Wald irgendwie mich gekämpft, so von Baum zu Baum gehangelt. Und ab und zu habe ich dann den Weg gekreuzt. Und das war dann der Knackpunkt, als ich den Weg gekreuzt habe. Und dann ist halt so ein Pärchen ganz gemütlich an mir vorbeispaziert. Und ich dachte mir so, okay, die hatten es jetzt ja eigentlich viel einfacher, hierher zu kommen. Warum gönne ich mir diesen, gönne ich, ja, warum gebe ich mir diesen stressigen, in Anführungszeichen, Weg hier irgendwie durch, der super anstrengend ist und für viele, glaube ich, keinen Spaß machen würde. Und dann kam mir halt der Gedanke so, ey, genau das ist halt der Actionweg. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du weißt nicht, ob es anstrengend ist. Und selbst wenn es anstrengend ist, das Gefühl danach, wenn du halt dann irgendwie oben bist oder halt, das ist ja nicht mal das Ziel nach oben, sondern das Ziel bei dieser Sache ist einfach der Weg an sich, weil der ist dann so geil und macht irgendwie so Spaß. Du hast solche kleinen Challenges, die du überwinden musst. Du musst eine Lösung finden. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Okay, wenn ich jetzt von dem Baum zu dem will, dann rutsche ich da ab. Wie komme ich da am besten jetzt rüber und solche. So hast du quasi, es geht dann um den Weg und nicht einfach nur um das Ziel oben anzukommen oder mit dem Ziel einfach nur einen Spaziergang zu machen. Und ich glaube, der zweite Knackpunkt war dann einfach so dieses, ja, stimmt eigentlich. Also man kann sich immer entscheiden und das ganz Wichtige ist einfach, was ist das Ziel? Das ist zum einen die eine Sache, dass man sich klar macht, okay, was ist mein Ziel? In diesem Fall war mein Ziel, ich wollte in die Natur und ich wollte einfach nur für mich sein. Ich wollte einfach nur abschalten. Und der Actionweg hat mir genau das geliefert und ich hatte kein Ziel irgendwie, okay, ich will oben am Wasserfall ankommen, dann will ich den Wasserfall angucken, dann will ich da ein Foto machen. Gab es alles nicht, weil das Handy war eh im Auto. Sprich, ich war einfach voll im Moment und habe mich dann darauf eingelassen, was kommt. So und im Endeffekt, ja, kam dann dieser Actionweg, wo ich dann wirklich ein paar Mal so Momente hatte, okay, krass. Jetzt wird es spannend, was passiert. Der zweite Gedanke, der mir dann kam, das war so, okay, wir haben hier krass ausgebaute Wege. Du kannst einfach sicher, easy den Weg entlang laufen. Du musst nicht darüber nachdenken, wie du den Weg machst, wie du den Weg gehst. Den haben tausend Menschen vor dir schon gelaufen, wahrscheinlich hunderttausend Menschen vor dir. Leute haben den gebaut, die wissen, was sie tun. Der Weg ist sicher, der Weg ist safe. Du kommst einfach easy an dein Ziel. Du kannst da gemütlich entlang spazieren. Und da kam mir auch der Gedanke so, also ich wäre ja nicht ich, wenn ich das nicht gleich aufs Leben projizieren würde. Eigentlich im Leben ist es doch genauso, weil wenn du ein Ziel hast, gehen wir mal davon aus, du hast irgendein Ziel. Und dann ist ja die Frage, was ist dein Ziel? Was ist das Ziel des Ziels? Holy shit, jetzt wird es kompliziert. Was ist das Ziel des Ziels? Willst du dein Ziel einfach nur so schnell wie möglich erreichen? Ganz egal, wie der Weg ist, du willst einfach nur ans Ziel kommen. Oder geht es dir gar nicht so sehr um das Ziel, sondern um den Weg? Und ich glaube, das sind so zwei fundamental unterschiedliche Dinge. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist nicht besser, das ist nicht schlechter, sondern das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich denke auch, dass in je nach Fall macht es einem mehr Sinn, dass du wirklich einen vorgefertigten Weg nimmst. Sei es jetzt zum Beispiel in der wirtschaftlichen Welt oder wenn du eine Ausbildung machst, wenn du irgendwie, sag ich mal, in der Gesellschaft irgendwie was machen willst oder halt wie gesagt im wirtschaftlichen, dann macht es schon Sinn, sich Experten zu suchen, die vielleicht den Weg schon mal gegangen sind. Die wissen, die können dich auf die Gefahren aufmerksam machen. Die können sagen, hey, hier musst du aufpassen, bleib auf dem Weg. Wenn du nach rechts gehst, passiert das. Wenn du nach links gehst, passiert das. Ist auch cool und glaube ich super dankbar und super, super wichtig, weil man da einfach schnell vorankommt. Dann sind wir schon wieder dabei, wenn du schneller ins Ziel kommen willst. Wobei auf der anderen Seite ist es auch mal ganz geil, einfach nur seinen eigenen Weg zu finden. Weil als ich da durch den Wald gestapft bin, da gab es keinen Weg, da gab es einfach nur Bäume, Gestrüpp auf dem Boden, teilweise Äste, Büsche, da musste man außen rum. Ich musste mir sprichwörtlich meinen eigenen Weg suchen und ich musste selber denken und ich musste selber überlegen, okay, wie gesagt, die Gefahren einschätzen. Nicht nur meine eigene, auch, dass ich Geröll runterschütten konnte und irgendwann unten gefährden könnte. Könnte ja auch passieren. Das heißt, das sind alles Faktoren, die man einberechnen muss. Aber du schaffst dir deinen eigenen Weg und das war so die Metapher und die Gedanken, die mir das gebracht hat, dieser Actionweg, so Actionweg, du findest deinen eigenen Weg, du gehst vielleicht da lang, wo noch niemand lang gegangen ist, musst halt mit den Gefahren rechnen, du musst die Gefahren einkalkulieren, du musst vielleicht teilweise ein gewisses Risiko eingehen oder du gehst den gepflasterten, vorgefertigten Weg, den schon eine Million Menschen gegangen sind, wo du weißt, der funktioniert. Und das finde ich so einen irgendwie beruhigenden Gedanken, aber auch einen super wertvollen Gedanken, weil wenn es jetzt zum Beispiel ums Business geht oder ums Training auch so und du willst zum Beispiel jetzt die Grundlagen von dem Training lernen, dann macht es ja absolut Sinn, sich jemanden zu suchen, der ganz genau weiß, wie es funktioniert, was die Gefahren sind. Aber das Entscheidende ist halt, du musst den Weg trotzdem selber gehen. Und je nachdem, wie breit der halt gepflastert ist, wird es vielleicht einfacher oder schwerer, je nachdem, wie gut dein Support ist oder wie gut der Coach ist oder wie gut der Businessberater ist oder sonst irgendwer. Aber auf der anderen Seite sehe ich trotzdem den Punkt, warum ich den Actionweg ziemlich, also für mich persönlich ist der Actionweg meistens schon ein bisschen sympathischer, weil ich habe festgestellt, dass so diese vorgefertigten Wege und diese fertig gepflasterten, geil, geh jetzt hier spazieren, du musst jetzt hier spazieren gehen. Das ist für mich ziemlich langweilig, muss ich sagen. Und wenn ich das auf mein ganzes Leben auch mal so ein bisschen projiziere, bin ich gefühlt 80% den Actionweg gegangen, weil das andere irgendwie, doch irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich nicht so gereizt, es war ziemlich langweilig. Beziehungsweise, vielleicht ist es keine Ahnung, also ob es positiv ist oder negativ, keine Ahnung, aber genau das ist ja der Punkt, es kann gar nicht positiv und negativ sein, weil es geht ja darum, was ich darüber denke und wie ich darüber fühle. so gesehen finde ich, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe den Faden wiedergefunden, okay. Ich finde, wenn du so im Alltag, wenn du irgendwelche Sachen machst, finde ich, ist es so eine Mischung aus beidem irgendwie. Manchmal macht es absolut Sinn, einfach sich einen Experten zu holen oder es gibt ja auch Themen, da hast du gar keine Lust drauf, den eigenen Weg zu finden, weil du einfach mit der Materie nicht klarkommst und du keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen. Da gibt es bei mir auch einige Sachen, wobei es halt, glaube ich, wenn man eine Leidenschaft hat, wenn man irgendwie eine Begeisterung für was hat, dann lohnt es sich echt mal einfach nur, einfach mal selbst zu gucken und dann ist auch ganz egal, wenn du irgendwie dreimal so lange brauchst wie andere, die vielleicht den Weg schon einfach mit Hilfe machen oder sowas, sondern du findest halt den eigenen Weg und ich finde, dadurch lernt man auch immer so viel mehr einfach noch. Oh, das ist ein Schmetterling. Wow. Weil man macht die Erfahrung einfach ganz anders. Zum einen finde ich es jetzt auch super beruhigend, einfach zu wissen, okay, ich gehe den Actionweg oder wenn du dich in einer Situation wieder findest, die einfach gerade komplett am Eskalieren ist oder halt du überhaupt einfach Sachen passieren, die nicht geplant sind, da kommt bei mir in meinem Kopf so, oh, krass, okay, Actionweg. Mal sehen, was passiert, du weißt es nicht und dann musst du halt Lösungen finden und du musst was tun, du musst in Aktion treten. Aber ich finde es auch genauso cool, einfach einen vorgefertigten Weg zu nehmen beziehungsweise eine Anleitung zu nehmen für gewisse Dinge, um mich halt nicht damit zu beschäftigen, um mich um andere Dinge zu kümmern, zum Beispiel. Und das finde ich einen super befriedigten Gedanken, einfach, dass man wählen kann oder im schlimmsten Fall sich einfach sagen kann, okay, Actionweg. Wie, witziges Beispiel dazu noch, ich war letzte Woche auch noch mit einem E-Bike unterwegs, von einem Kollegen ausgeliehen, bin durch den Wald gefahren, wollte den Berg nach oben, einfach oben auf die Ebene fahren und dann dachte ich mir auch, durch den Wald und dann war da so eine kleine, von den Holzarbeiterern, gibt es da manchmal so Schneisen, die dann irgendwann ins Leere laufen, ins Nichts, die dann im Wald enden und genau so eine bin ich reingefahren, dachte, ja, die geht bergauf, nehme ich mal, fahr hoch, merke nach kurzer Zeit, okay, ich komme hier nicht weiter, ich muss einfach schieben, dann gab es die Option, okay, ich fahre zurück und gehe wieder auf den Weg oder, dann war das in dem Moment so, oder, Actionweg, okay, hab dann im Endeffekt das Fahrrad, das sagt schwer war, weil es ein E-Bike war, den Berg über Stocksteine, Büsche und so, einfach den Werfeld ein nach oben geschoben und da habe ich mir schon wieder gedacht, so, Benni, warum, warum tust du das und, ja, ich weiß nicht, irgendwie, das war trotzdem dann geil und ich wusste ganz genau, okay, es wird, ich weiß nicht, was passiert, mal gucken, was passiert und das, was passiert ist, jetzt halte ich fest, dann war es ein bisschen flacher und ich dachte, jetzt kann ich wieder fahren, trete in die Pedale und zack, reißt die Kette mir und dann sitze ich da und dachte, ich muss jetzt auf den Baumstamm setzen, bin auf den Baumstamm gesetzt, guckte das Fahrrad an, da habe ich mir einfach nur den Kopf geschüttelt, dachte mir so, okay, leben will wahrscheinlich, dass ich jetzt einfach hier sitze und erst mal nur mich raffe und im Endeffekt war das so schön, weil ich wirklich einfach mitten im Wald war, ich habe erst mal gemerkt, wie ruhig es war, ich habe irgendwelche Tierchen gehört, gesehen und ich war dann so dankbar, dass es passiert ist einfach, ich meine, ich habe die Kette so notbedürftig wieder repariert bekommen, indem ich das Kettenglied wieder reingebogen habe, dann ging es halt ab da nur noch im ersten Gang weiter und nicht zu stark in die Pedale treten, aber das war der Actionweg in dem Fall, der mich dann einfach wieder dahin gebracht hat, wo ich dachte, so geile Erfahrung und wieder in diesem Fall, mein Ziel war zwar irgendwie den Berg hoch zu kommen, aber ich hatte kein bestimmtes Ziel und ich glaube, das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dann macht es durchaus Sinn, irgendwie vielleicht ein Stück weit auf den Weg zu gehen und wenn du merkst, oh, also da ist es glaube ich auch wichtig, dass man auch seine Gefühle, auf seine Intuition hört, oh, ich sollte jetzt mal nach rechts gehen, da ist zwar kein Weg, aber ich gehe trotzdem mal dahin und selbst wenn du dann wieder auf den Weg zurückkommst und die Leute, die auf dem anderen Weg gelaufen sind, dich auslachen und sagen, ja, guck, haben wir es doch gesagt, aber du weißt nie, was du für Erfahrungen machst und du weißt nie, was dir auf diesem eigenen Weg, in Anführungszeichen, auf dem Actionweg begegnet, von dem die anderen nicht mal träumen können, so, das weißt du halt nicht und das wirst du nur rausfinden, wenn du es machst und ja, das war für mich, das war, ja, Actionweg, Alter, das ganze Leben ist ein Actionweg und jetzt nochmal, ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht aufs Leben übertragen will und mein, also mein Denken ist inzwischen so, dass ich die ganzen Dinge, wie gesagt, auch wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte oder wenn ich merke, andere sind schneller als ich in dem und dem Bereich, andere machen hier mehr Progress, andere kommen da weiter, andere erreichen das Ziel schneller, besser, keine Ahnung was, ich denke mir so, ey, fuck it, Alter, ich gehe meinen Actionweg, das ist mein Weg und ich glaube, das ist auch so das Fundamentale, es ist dein Weg, so dem gehört niemand anders, niemand macht die Erfahrung, die du machst, auf deinem Weg, den du für dich gehst und das ist, so ist ja das ganze Leben eigentlich auch aufgebaut, weil niemand kann dir sagen, was richtig und was falsch ist, so, nur weil halt tausend Leute, den, oder hunderttausende Leute diesen vorgepflasterten Weg einfach gegangen sind und das funktioniert, ist ja schön und gut, es mag auch funktionieren, so, da sage ich ja gar nichts dagegen, das ist ja wirklich so, ist ja auch was Positives, wie gesagt, wenn du ein spezifisches Ziel hast und da unbedingt schnell hin willst, aber ich finde das, also ich weiß nicht, ich denke so gern darüber nach und wie gesagt, ich selbst, ich benutze beide Wege, um das jetzt mal so, einfach so zu klassifizieren, sind doch beide notwendig, beide cool, beide geil, aber ja, ich lieb es einfach darüber zu fantasieren und mir Gedanken zu machen, ja, Actionweg, ja, das waren so meine Gedanken zum Thema Actionweg, vielleicht konntest du dir was mitnehmen, würde dich mal interessieren, was du darüber denkst beziehungsweise, was ist so dein Actionweg, was ist deine witzigste Erfahrung, wo du gedacht hast, im Nachhinein, kannst du einfach nur den Kopf schütteln und drüber lachen, so, das sind auch so Momente, wo einfach nur, hui, oder sehr geistreiche Momente, wo du denkst, holy shit, das war eine Erfahrung fürs Leben oder, das war ein Wegweiser fürs Leben oder, 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 da gibt es jetzt noch sieben Millionen verschiedene Sachen, sieben Millionen Oders. So, kleiner Nachschnitt an dich, meinen treuen Zuhörer, der bis zum Schluss hört und zwar ein Gedankenzitat, das mir noch in den Kopf gekommen ist, das ich ganz passend für das Thema finde und zwar, tritt nicht in die Fußstapfen deines Meisters, suche, wonach er gesucht hat. Bam, den finde ich so nice, Alter, da steckt so viel dahinter. Holy shit, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut, dass du zugehört hast, äh, ja, und ich heiz hier jetzt, tschuu, eine stelle Bike durch die Gegend, geil.